Es wird kälter in den kommenden Tagen und ausgerechnet über das Karnevalswochenende kommt so ein bisschen so der Winter zurück. Also schauen wir uns mal genau an, was passieren wird, wann es passieren wird. Also am Weiberfasching, Altweiber, wie man es nennen will, da kommt erstmal starker Regen auf, insbesondere im Westen. Also wird kein so ein schöner Tag im Norden, kann es sogar ein bisschen schneien. Am Freitag bleibt es noch ein bisschen unbeständig und dann kommt aber der Samstag. Da wird es richtig, richtig gut. Die Temperaturen liegen bei bis zu 15 Grad und es gibt auch Sonnenschein. Also sicher der beste Tag an Karneval, außergewöhnlich warm. Dann am Sonntag zieht schon mal wieder ein Regengebiet rüber und am Rosenmontag ist es dann schon deutlich kälter. Also man sieht das hier nur noch 8 Grad, also das ist schon eine deutliche Abkühlung zu spüren, aber es ist weitestgehend trocken. Und auch am Feierchen Dienstag, Aschermittwoch bleibt es weitestgehend trocken, aber es geht weiter runter mit den Temperaturen und es könnte sogar ein bisschen sowas wie Schneeregen zwischendurch mal geben. Also ja, es geht runter mit den Temperaturen. Und wie lange bleibt es jetzt kalt? Naja, wenn wir uns die mittelfristigen Prognosen mal anschauen, dann sehen wir, okay, es ist wahrscheinlich, dass es länger kalt bleibt in Deutschland und das vielleicht sogar bis Ende Februar. Also man kann sagen, der Winter kommt zurück. Die besten Feierer sagen, vielen Ort finden Sie auf. Weiter noch kommen.